Seit umschlungen Millionen diesen Bus der ganzen Welt. Ich schicke meinen Bus an meine Freundinnen, die mir in dieser Zeit, die noch ziemlich schwierig war, mir geholfen haben aus der Isolation rauszukommen, indem sie mit mir rausgegangen sind in die Natur und indem sie für mich da waren. In einer Zeit, in der ich auch das Theater sehr vermisst habe. Für diese Freundschaft bin ich sehr dankbar.